Das ist der Sätze, in dem du so gerne liest. Hey, warum? Das ist zu früh. Wittgen? Man hat mir von einem Brief im Netzwerk erzählt, dass er seine schwunghaften Hand und mit Gedächtnisgestörungen betreibt. Mami, ich bin deine Frau! Ich muss also keine Angst haben, dass mein Gedächtnis zurückkommt. Weil ich mich nämlich manchmal frage, ob mein Geist sich nicht absichtlich einschmerzt. Ich habe dich sehr geliebt, Ghi. Sehr. Ich dachte, ich sei männlicher. Glamotten, Moutiquen, Tee, ich bin dir die beste Freundin. Hat er etwas gesagt, was dich überraschte und was dich zum Lachen brachte und was... Als ich hier reinkam, habe ich mich an nichts erinnert. Aber ich hatte das Gefühl, als hätten sich hier schlimme Dinge abgespielt. Ghi, mein Gedächtnis. Es kommt zurück. Nein, es kommt nichts zurück. Wie du lügst. Lisa, du auch. Du erinnerst dich? Nicht an den letzten Tag, ja? An den letzten Tag? Ich hatte mit dem Unfall, von dem weiß ich nichts. Ich war auf, wer ist. Dass man sich um mich kümmert. Whisky, Billister, Sorte, Alkohol, ihr könnt euch. Du bist Arie. Aber ich habe kein Problem mit dem Alkohol. Ich habe ein Problem mit dir. Du hast versucht, mich zu töten. So etwas kann man nicht verzeihen. Lass uns, lass uns ausgehen. Ja? Ja, ich bin bewusst drin. Erinnerst du dich an diese Musik? Weiß nicht. Glaube nicht. Das ist die Musik, die an diesem Abend spielt. Versuch, mir bitte nicht einzudrehen, dass ich einfach durch dich bin. Hey, ja doch, ja was, sie sind kompliziert. Du bist ein bisschen. Nein. Du hast auf mich eingeschlagen, weil ich in deiner Bahnwurstellung, in deinen Hirnenspitzen, ohne dich auskommen, auf den Feig und mich entwenden Arm mäße. Was? Bitte klein. Ich will keine andere Frau. Ich will keine andere Frau. Adieu. Ich muss an die? Wenn es셉 nearer geht, ist ein? Ich will nicht mehr weg. Du bist in der Welt. Das war's. 비슷, das ist das, die Sch laatste. Und wir wissen. Du bist in der Welt. Vielen Dank.